Seit dem Spätsommer hat Manderfeld seine Webcam. Vom Dach der Sporthalle gibt die Panoramakamera den Blick auf den Beard frei. Bei Schnee entstehen dort Skiläupen für Langläufer. Wenn es nicht schneit, hat die ruhige, grüne Landschaft ihren eigenen Reiz. Hinter der Webcam und einigen anderen Projekten steckt die Initiative Manderfelder Land. Wenn die Leute uns anrufen und fragen zum Beispiel, wie ist das Wetter, habt ihr Schnee da, dann können wir jetzt sagen ja oder nein oder wir sagen den Leuten, hört mal, wir haben jetzt eine eigene Webcam hier in Manderfeld, klickt euch mal da rein und da seht ihr genau jeden Tag, wie das Wetter ist. Die Landschaftsbilder und aktuelle Informationen zur Wetterlage sind 24 Stunden am Tag auf der Internetseite der Initiative und der Tourismusagentur Ostbelgien abrufbar. Die Webcam geht mit rund 9.500 Euro ins Geld, soll sich aber auszahlen. Die Hälfte der Kosten trägt die deutschsprachige Gemeinschaft und die Wartung ist im Preis mit drin. Das wird von Österreich, von Panoramak selbst ausgeführt. Da haben wir einen Vertrag mit denen gemacht, dass wir die nächsten fünf Jahre Ruhe damit haben und die schauen, dass alles läuft und auch wenn mal die Kamera jetzt ausgeschaltet ist, da rufen die einen sofort an, hört mal Leute, geht mal schauen danach, da ist was, was nicht stimmt. Und wenn Reparaturen zu machen sind, kommen die hier rüber und machen das. Ein Willkommensschild begrüßt die Besucher am Ortseingang Manderfeld. Weihnachtssterne wurden mit vereinten Kräften an sieben Stellen im Ort angebracht. Weihnachtssterne, die haben wir jetzt ab diesem Jahr hier aufgesetzt, für unser Manderfelder Land schöner zu machen, attraktiver zu machen. Dass die Leute, wenn sie hier ankommen im Manderfeld sehen, wow, hier sieht es aber gut aus, hier ist richtig schöne Weihnachtsstimmung. Und das ist uns wichtig, wir als Manderfelder, nicht nur für den Tourismus, sondern auch fürs Dorf selbst. Der neu gestaltete Marktplatz wird ganzjährig für Dorfveranstaltungen genutzt. Die Kirmes ist ein riesen Event hier. Oder am Ende April haben wir quasi die Maiernacht. Da kommt der Gesangsverein hier hin und macht dann ein schönes Maiernachtslied. Und die Pfadfinder sind da mit dabei. Da ist das ganze Dorf integriert. Und auch im Advent jetzt machen wir einen schönen Abend hier mit Glühwein und warmen Kakao. Der Marktplatz hat seinen Platz im Dorfsleben gefunden. Die Initiative Manderfelder Land denkt darüber nach, die Verschönerungskur auf die umliegenden Ortschaften auszudehnen.